Israelische Luftangriffe auf Gaza fordern weiterhin Opfer. Mindestens 22 Menschen wurden bei einem israelischen Luftangriff in der Nähe des Büros des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, ICRC, in Gaza getötet. Laut den Behörden des Roten Kreuzes wurde das Büro beschädigt und die getöteten Personen befanden sich unter denen, die in der Nähe der Strukturschutz gesucht hatten. Es gibt hunderte von Vertriebenen, die in Zelten rund um das Büro des Roten Kreuzes leben. Zuvor hatten israelische Streitkräfte das Flüchtlingslager in Rafah angegriffen, wobei viele Menschen getötet und verletzt wurden, was internationale Reaktionen und Forderungen nach Verantwortlichkeit auslöste. Ebenfalls wurden von Israel Angriffe auf Krankenhäuser durchgeführt, in dem Versuch, Hamas-Kämpfer zu eliminieren. Bei Angriffen vor einigen Tagen starben auch israelische Geiseln, was jedoch keine offizielle Reaktion von Israel hervorrief. Israel befindet sich immer wieder unter dem Druck massiver Proteste, die den Rücktritt Netanyahus fordern, da dieser bei der Befreiung der Geiseln gescheitert ist.